hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge vorerst auf in schwarzing ja ist jetzt ein bisschen nicht mehr gekommen und ich kann das reden nicht das ist nicht mehr es irgendwo ist es glaube ich schon mir zu verdanken ich höre mich irgendwie selber ich habe keine ahnung warum wenn ich das war jetzt schon längeres problem wenn ich hier den games sound vom mischbull wir arbeiten währenddessen wenn ich den games sound vom mischbull also den gegens und halt ja den sound hier von dem spiel vom pc der was vom pc raus geht beim mischbull ein bisschen lauter drehe gibt es eine rückkopplung das liegt daran weil ich halt mit dem thron von der thron vom computer geht in das mischbull da kommt dann unter anderem also dann kommt dann einmal das mikrofon dazu das ganze geht dann wieder in den pc rein und das ist das problem jetzt da warum es da eine rückkopplung gibt vom pc geht es dann wieder also von pc input wo das ganze mit dem pc rein geht geht es dann komischerweise wieder teilweise in den pc output das heißt wieder ins mischbull rein und das ergibt dann halt die rückkopplung und das ist ein bisschen blöd und ich weiß auch nicht wie ich das ändern soll also vom mischbull wenn das der ganze sound das dann einmal noch einmal geht der ganze einmal geht nur das mikrofon über fx habe ich das gemacht ich habe jetzt das beringer 10x qx 1002 usb das ist jetzt mein mischbull gebt ihr vielleicht einfach wenn euch das interessiert schaut doch einfach dann gibt das einfach schnell mal in den in den suchmaschinen neben google oder so ein dann habt ihr den typ für euch dann kommt ihr halt das uhrer kann das ist so irritierend wenn ich mich selber höre und dann geht es halt einmal noch bei headphones raus zum kopfhörer verteiler da habe ich ein paar kopfhörer angeschlossen ich nutze nicht alle kopfhörer gleichzeitig dann geht es einmal noch raus zum fx da ist beim fx nur das mikrofon einmal wenn ich halt im team speak bin oder so dann nehme ich dann nehme ich da habe ich halt den das ist dann der mikrofoneingang für mpc und dann habe ich noch und dann einmal noch change ausgang benutze ich auch der geht zu meinen lautsprecher boxen lautsprechersystem hier auf einmal ja und seit neuestem höre ich mich jetzt auch selbst meine lösung ist was ich jetzt wahrscheinlich heute vielleicht eventuell keine ahnung oder morgen machen werde ist einmal den einfach beim pc den mikrofon und den line in kanal zu tauschen beziehungsweise das kabel was in den line in kanal geht stecke ich bei mic an und das was bei mic jetzt reingeht stecke ich dann bei line in an dann muss ich halt im pc das alles noch vertauschen dann ist mein haupteingang sozusagen der mikrofoneingang und ja und das mit der gamesound rückkopplung passiert halt nur wenn ich zu wenn ich das zu laut aufdrehe ja jetzt werde ich dann wird das problem wahrscheinlich so sein dass ich mein mikrofon im team speak nicht mehr so laut aufdrehen darf aber alle pillen mich eh im team speak runter oder so weil ich es einfach nicht so laut werde oder irgendwie ja keine ahnung und auf skype sondern das auch auf skype weiß ich es auf jeden fall nicht viel also ja dann beschwert sich einmal wieder ah wenn ihr naja weil ich zu laut bin und ja das werde ich dann auf jeden fall heute wahrscheinlich oder morgen noch ändern das problem ist heute vielleicht doch nicht mehr weil ich jetzt das aufnehmen muss und die folge dann morgen kommen soll und ich muss dann aber auch noch eine folge aufnehmen für meinen zweiten kanal die folge sollte auch morgen kommen und dann komm mal und ja das nehme ich einfach mal ist ja das eben schiff ist ja das eben ich bin ja das eben ja ich bin ja da ja aber noch mal Ähm, ähm, aha, warum steht das hier? Das ist jetzt ein sehr guter Fall. Ich dachte, ich habe das, ah, jetzt habe ich gleich ein Problem mit dem Mod, gut, wisst ihr was, ich muss jetzt den Mod raus machen, weil der von Haus aus irgendwie bei all meinem, das manuellen Ankuppeln, das packt bei mir, wenn ich da jetzt was mache, ich speichere kurz mal und demonstre euch, dann nach dem Cut werde ich dann auch gleich in die Timelapse ein, äh, rüber gehen würde ich sagen. Gut, ich kann sich demonstrieren, ich mache die Konsole auf, damit ihr die Fehler seht, mit Shift A kann man das umschalten und tada, ich habe keine Ahnung warum das einlenkt, ich kann, das packt einfach komplett, wenn ich jetzt auch das umschalte, das spielt mal, schau, seht ihr rechts unten, da, ich kann nicht mehr von, ja, das beursacht der Mod, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder in der Timelapse, ja, ja, viel Spaß mit der Timelapse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. My thoughts are useless Trying to make it through this I'm still caught up on you Nothing really mattered when we had it all Happy ever after was an afterthought And I, I, I've got to know Baby, do you ever Think of when we were together On the 4th of July Underneath the fireworks sky and I said Everything is perfect cause you're holding me You and I together like we're supposed to be Cause you need me and I need you But that's just my point of view That's just my point of view Breathing underwater This is the forever they're supposed to be Everything is perfect when you're holding me Cause you need me and I need you That's just my point of view That's just my point of view Breathing underwater Deeper than the waves Floating like a feather To another day Another day Another day Another day Another day Another day Beneath the waves I find How are you Your mood Are you Really Are you I am You Are you Are you All in my heart I can feel you in my heart You in my heart All in my heart All in my heart Deeper than the waves Flooding like a feather To another day All in my heart 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 All the things they do My heart Don't want to miss me This is all you need Be your everything Yeah, I'll be your everything Still too soon to feel Please just say it's real More than just a thrill You're just in it for the thrill I'm in it for the love Cause love it needs to touch it You're pressing on my body Babe, let me tell you something I'm in it for the love Cause love it needs to touch it You're pressing on my body Babe, let me tell you something I'm in it for the love I'm in it for the love So, ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder für heute. Ich habe jetzt einfach noch einmal gespannt, ob der Traum macht. Weil man kennt ja die Durante mehr und wenn man die letzte Folge gesehen hat von mir, bzw. die letzte Folge auf der Schwarze, dann weiß man, was da alles so passiert mit den Duranten. Ich habe das aber jetzt auch schon vermehrt, gehört, gesehen, dass die Durante einfach man anspannen. Ich finde es trotzdem so coole Anhänger, bzw. die Anhänger selber jetzt nicht, finde ich es eigentlich nicht so nice, aber für das Holzfeld finde ich einfach auch cool, weil es solche Holz-Anhänger sonst einfach nicht gibt, solche ähnlichen, die einfach nicht erringen haben und ohne Schnellgeschlag, so, finde ich das eigentlich auch geil. Und mit dem MP-Truck habe ich mit dem Durante-Anhänger eigentlich bis jetzt noch gar keine Probleme gehabt, mit dem Steirer hat es aber ziemlich umgebracht, da war ja das Problem. Ja, aber einmal war ein Holz-Anhänger, also ja, weil es eigentlich nur das Holz betrifft, und der Anhänger steht da wie, ja, gut. Tatsächlich ist es einfach selber, wenn Sie es wissen wollen. So, ich werde, ich werde dann jetzt einfach, sorry, wenn ich viel so mit dem starken Bauern oder wie der Maus heißt, aber ja. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt noch mit dem Schnellverkauf fahren, was ich komisch finde, wenn man in Europa nicht drin hat. Ja, der kommt mit dem. Ja, der kommt mit dem. Ja, der ist ja auch mit dem Schnellverkauf fahren. Das ist ja auch mit dem Schnellverkauf fahren. Ja, ich habe so festgestellt, so weil ich jetzt ein bisschen gerade pegelte. So, das braucht uns dann. Ja, das ist Spaß, das erwartet jetzt eigentlich so, dass man andere nicht einschalten sollte. So, dann werde ich jetzt, ich werde mal schauen, vom anderen Kanal her wird es dann vielleicht etwas anfangen. Oder ich werde das da jetzt direkt auf... Ja, nein, nein, ich werde so schön ernt einmal das Video schneiden da. Ja, ich habe jetzt schon mal die Spanchen da rausgekommen, also ich weiß echt nicht, was ich als nächstes tendiere. Den Haarwester würde ich ebenfalls so nicht. Ich weiß nicht, ob ich einen Autolot fange, ich habe einen Autolot sogar, nur ist das so ein großer Verlustwagen, könnte man ja eher mit einem Tolle an den Petrat auch nehmen, das wäre jetzt auch nicht das Problem. Ja, da bin ich halt jetzt gespannt, und 32.000, johu, lol, alle waren betroffen, ok, weißt du, wenn ich da wegfahre? Nein. Aber dann, wenn ich da wegfahre, bin ich es wurscht. Oder jetzt meint man einfach, ja, das ist keine Straße, das ist einfach so eine Textur, es ist ja auch eine neue Textur, das ist eigentlich auch mehr oder weniger eine Textur, aber es ist ja, jetzt haben wir ihn da wegfahre, so, ja, mal. So, was, 15 haben wir mal gebaut, mein Name? Ok, der Traktor hat oft gemacht, aber nicht ist der jetzt nicht, da haben wir da. Also, warum, 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 warum ich das jetzt nicht, also, dass ich bis jetzt, wo ich bis jetzt so nicht gecheckt habe, warum. so, ich hab probiert, zum abkippen, so, ich hab probiert, zum abkippen, so, machen wir das, da hat Geld. Ich meine, da geht jetzt, wo. Ja, also, kippen wird das steil auf jeden Fall. Okay, das ist für was aber? Was ist die heuerliche Hütterheuerung, der wohl gerade? Raumrennfall im Zupfel. Die treibt das an, ja, und das geht, ähm, woher? Zu den zwei. Das ist Breitner. Kann sein. Das geht natürlich auch noch mal hinten zu dem Zeug, und halt das da auch noch einmal. Was ist da für Hydraulik genommen, da hinten? So, Aua. Loll, ja, kann ich das jetzt auch nicht rechnen? Ach so, weil da hinten nur einmal eins ist, ja. Aua, die, die, ja, alles krass. Hm. Aua, meine Ohrwärschel dann auch so, eh, mit dem Pfarrer. Oh, man will ja verschiedene machen, hm. Und dann. Aber was mich jetzt interessiert, wann das, okay, das gefällt, ja. Schau. Das ist schon, dass das sogar noch weit geht. Okay. So, dann würde ich sagen, packen, aber auch darf ich nichts gefallen, weil da irgendwie so ein Pfarrer wieder, ja, Pfarrer ist und sagen, der wieder anders wird, beziehungsweise vielleicht noch genau, ich weiß nicht, wofür. Vielleicht gibt's ja da auch noch was anderes. Okay. Gut, dann, Pfarrer, was mache ich für Pfarrer? Nee. Gut, dann, danke fürs Zuschauen und gefallen, du hast doch gerne ein Like. Ein Like und ein Abo da. Das würde mich echt freuen. Aber die Einblendungen funktionieren immer nicht. Und dann, tschau.